Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warship Spieler und heute spielen wir das Szenario Killerwale und das spielen wir mit dem Stufe 6 Schiff in Nürnberg. Ja, ein schickes Schiff, ich spiele es gern. So, zerstören Sie alle gegnerischen Schiffe bei der Basis. Nebenaufgabe, zerstören Sie alle gegnerischen Küstenanlagen. Machen wir ab. Ich habe auch gesehen, ich habe eine Rechnung offen mit diesem Szenario, denn ich habe zwar das Video veröffentlicht damals, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Darum müssen wir das jetzt nochmal versuchen. Halbe Fahrt. Ich weiß nämlich damals, aber ich habe kurz reingeguckt zu einem Ford, der das einen trifft. Die haben zwar nur zwei Schuss, aber für mich so als Kreuzer kann das doch ein bisschen wehtun. Das stimmt doch mal. Scheiß Küstenverteidigung. Geht doch. Ja, ich möchte ja nicht in den Sobuka sitzen oder in der größten Anlage verteidigen. Aber wir fahren auch direkt auch welche drauf. Scheiß ich Horst. Ich will von den Dingern nicht beschossen werden. Ah, der ging schon vorbei. Brennt da ab in eurem Bunker. Oh, der kommt hoch. Oh Gott. Oh Gott. Das lief doch schon mal nicht schlecht. Alle noch am Leben. Wir haben einen Flugzeugträger. Cool. Kann man echt auch gebrauchen bei der Mission. Da haben wir eine feindliche Karlsruhe. Wobei mir gerade auffällt, ich war noch nie in Karlsruhe. Wenn sich das lohnt, Karlsruhe, dann da mal hinzufahren. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich war da wirklich gar nicht. Wohl in Bayern war ich auch noch nicht. Jetzt verstecken wir uns in den Flugzeugträger. Shit, das wollte ich nicht. Den geben wir besser Deckung. Wir stellen uns da vor. Oh Gott. Stirb doch mal. Schieß nicht mein Schiff. Oh, der lebt ja immer noch. Ah, die Küstenanlage ist noch zu weit weg. 16,6. Wir haben 16,5. Jetzt ist aber ein Reichweite. Ne. Ich komme da nicht hoch. Feuern wir da mal drauf. Bugeln kostet nichts. Oh, 11,4. Warum schieße ich nicht da drauf? Ich Horst. Ich Heinrich. Warum kann ich mich wieder nicht mehr drehen? Okay. Das dauert nicht. Oh, der ging gut daneben. Und der auch. Drecksack. Der nicht. Der war ein Treffer. Kleiner, dreckiger Hund. Oh, der drehen, 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 drehen. Ah, fuck you, ey. Ah, fuck you, ey. Warum sterben die nicht? Verdammt. Endlich. Ah, wir fahren schon sehr nah an die anderen Schiffe. Aber dieses Vor im Rücken nervt mich einfach dermaßen. Ja, jetzt stellt sich die Frage, was ist jetzt? Ah. Wegen dir ist mein Kaffee umgekippt, zu Drecks Küstenfestung. Küstenfestung. So, weg. Jetzt habe ich Zeit für dich. G101. Jetzt können wir spielen. Erfolgreich. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versinkt. Oh, Telefon. Kleinen Augenblick. Ich nehme mal mein Herz weg. Klasse. Bis dann. Ciao. Scheiß Real Life. So. Ach, Mann. Jetzt steuere ich hier auch noch wie Scheiße. Oh, dann drehen wir jetzt. Ja, tut mir leid. Ähm. Telefon. Hätte was wichtiges sein können. War es aber nicht. Es ging, falls ihr es ja mitgekriegt habt, um den. Um Nahrung. 13.000 Punkte. Bisher wir müssen noch. Mindestens die 30.000 will ich haben. Oh, komm. Oh, ey. Dann nicht blöde. Sekunde früher sterben können. Oh, brennt's. Oh, gut. Ist weg. Oh, ich bin ein Flugzeugträger. Das wollen wir nicht. Ah, ich wollte immer gucken, wie du aussiehst. Du siehst echt schick aus. Schick, 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 schick. Hübsches Schiff. So. So. Gut, hier scheint alles erledigt zu sein. Und der Bereich ist hinter uns. Guck mal da ran. 17. Achter. Okay. Haben wir alle Christenlandfestungen? Haben wir auch schon? Mensch. Krieg ich ja gar nichts mit. Da haben wir einen Flugzeugträger. Das ist unser Ziel. Aber es dauert noch, bis wir hinkommen. Wakatake. Ja, die könnte auch stören. Ja, rechts, wo die andere Nürnberg nämlich alleine ist. Aber da kommt jede Hilfe zu spät. Da kommen wir nicht hin. Versuchen wir mal, den Flugzeugträger abzufackeln, die Ho-Show. Ah, ich komme schon wieder auf Knutschkurs. Ich will keinen Knutschkurs. Sperrfeuer gegen den Berg. Juhu. Knappwakatake. Knappwakatake. Na gut, dann... Auf diesen Freund. Na, Volltreffer? Na schade. Aber das soll's gelesen sein mit ihm. Doch nicht. Ich dachte, die anderen schießen noch drauf. Keine Chance. Ach, da seh ich die Wakatake je nicht mehr. Einen Flugzeugträger müssen wir noch zerstören. Na, was kommt denn da? Alter, hau ab da. Flugzeugträger in Visier. Feuer frei. Ah, toll. Weil nur eine Batterie. Alle abfeuern. Und Volltreffer gegenüber uns. Alles so ruhig. Schön Zitadelle getroffen. Ach, was ein Auge. Juhu. So, wo ist denn unser Flugzeugträger dahinten? Alles noch mitnehmen. Hauptsache, weg von den Schiffen hinter uns. Boah, warum lebt die alle denn noch nicht? Das war alles so kurz. Wuhu. Du wohnst? Yes. Killerwale. Fünf Sterne. Yes. Mission complete. Alle Küstenanlagen, alle Hilfsschiffe, Flugzeugträger, Verstärkung haben wir auch ein bisschen platt gemacht. Wuhu. Super. Bisschen abgeschlossen. 50 Punkte für die Sharks noch kassiert. Und irgendeine... Ein Seestern. Persönlich. Oh, so schön. Schließen Sie das Unternehmen für alle Zusatzaufgaben ab. Überleben Sie bis zum Ende des Gefechts. Und versuchen Sie Schaden in Höhe von mindestens 100% der TP Ihres Schiffes. Ja, genau so denke ich auch immer. Mit dem TP. Trefferpunkte heißt das wahrscheinlich. Genau. Ja. Erfolgreiche Schlacht. Killer-Mission oder Szenario. Killerwale geschafft. Haken dran. Hat Spaß gemacht. Ähm... Ich fand jetzt auch... Wir waren gar nicht so schlecht. Also naja, vier Schiffe zerstört. Zweimal schön die Zitadelle getroffen. Ähm... Fünf Küstenanlagen zerstört. Ja. War eine gute Mission. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt... Ja. Dann guckt euch noch die anderen Videos an zu den Szenarien, die ich habe. Ansonsten könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Ein Like. Ich freue mich auch über einen Kommentar. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.